Was ist denn passiert mit dir? Du warst doch sonst nie so mit Fusi. Wenn man so scharf auf den Knast ist, dann mach es doch. Lass mich da raus. Fusi. Guten Morgen. Guten Abend. Mann, ey. Schön. Guten Abend. Hu Conte warst. Wie ist deinobald ist Gewalt? Und ich komme gleich wieder. Vertraue in der